Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu DASDANALISIAN TALE So, bevor wir uns dann jetzt aufmachen, wollen wir nochmal gucken, ob unsere Ausrüstung auch perfekte ist hier Naja, ok, das kann man nicht, das können wir nicht machen, wo der Händler ist, weiß ich nicht mehr, ich hab jetzt auch keinen Bock mehr zum Händler Das hier, ja, das können wir nicht, warte mal, geh mal zurück Ich glaube, ne, mich ist mir eingefallen, wir haben den, boah, alter, richtig, ja, genau Guckt mal, was mit Fidget passiert, Leute Fuck, mir ist nämlich eingefallen, es gab doch, warum kann ich den nicht nehmen, es gab zwei Ringe Hier, seht ihr, hä, kann ich den nicht nehmen Warum kann ich den nicht nehmen Irrgerlich, ich, ach, ja, weil wir den nicht haben, können wir den nicht nehmen, das scheint natürlich logisch Ja, und den können wir nicht machen, fuck, das wäre mal geil, wenn Fidget das irgendwie noch kriegen würde Nun gut, ähm, was haben wir hier 1000, oh, das wäre auch nice Dafür, hm, ich weiß noch nicht mehr, wo hier der Händler ist, ich hab auch keinen Bock jetzt noch stundenlang zu suchen, wenn ich ehrlich bin Wo war der, ich weiß nicht, ob der hier, war der hier irgendwo, keine Ahnung Ich weiß nicht mehr, ob der hier irgendwo, irgendwo war, Leute Ah, ansonsten gehe ich, gehe ich gleich, glaube ich, noch Aua Ja, sehr gut, tschi tschi Mal kurz gucken, ob der hier irgendwo war Keine Ahnung Ich glaube, der war, ich glaube, der war unten, ne Jo, ich glaube, der war, ja, der war unten, glaube ich Da ganz unten So, ihr komischen Viecher, ihr könnt ja nix erlöschen Tschüss Juhu Geht's hier eigentlich? Jo Wie nice ist das denn, bitte? Zack, 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 zack Geil Wow, Ring des Wissens Es hat der Jo, jo, Leute, wie geil ist das denn? Das ist sogar noch der Ring, den wir brauchen Nice Das, das nenne ich mal nice Das ist mal richtig gut So Richtig geil Weißt du, findest du mal eben so einen Ring Brauchst du, brauchst du auch noch den Ring? So, ähm Ich habe jetzt keinen Bock auf die Gegner Wir gehen jetzt, warte mal, wo ist denn das? Ah, nee, wir müssen noch einen weiter Oh mein Gott, wir hoch Mach mal auf Dankeschön Ach, jetzt kann ich nicht, ne Gegner Ähm Ich meine, der war, der war unten War der Händler Dann können wir nämlich nochmal zu dem gehen Und können vielleicht nochmal die ein oder andere Sache Ja, uns zum Aufstocken holen Hier ist er Da ist er doch Hey, Händler Yeah, was geht mit dir? Okay, pass auf 12.000 Gold habe ich 400 4 mal Abwehr Ah Da brauche ich auf jeden Fall 4 Stück von Und 1,5 Angriff So Äh, ich habe im Übrigen nie beim Händler geguckt Hier nach Nach Rüstung oder so, ne War eigentlich auch irgendwie ein bisschen fail Wenn man mal so überlegt 10.000 Hm So, ähm Moment, was braucht Ich glaube, das brauchten wir noch Ah, ich kann nur eins kaufen Das ist ärgerlich Warte, dann muss ich irgendwas verkaufen Ähm Die bringen gut, ja Kauf Verkauf mal 4 von denen Und kaufen dafür noch Einen von denen Ja, your transaction is most appreciated Denn jetzt sollte ich Moment, was war denn das? War das hier das? Ne Die Rüstung war es nicht Äh Das hier Ja Da geht zwar Verteidigung ein bisschen runter Dafür geht der Angriff Aber ich kann das Oh mein Gott Ich habe zu wenig Gold Ja Ja, wir machen das jetzt, Leute Die Verteidigung geht zwar minimal runter Aber dafür Geht das andere eben alles hoch So, your transaction is most appreciated Ich weiß So Zack Alles klar So, jetzt sind wir beim guten Angriff Und ich würde sagen Wir speichern hier nochmal Obwohl wir jetzt gleich vorne auch nochmal speichern Und dann geht es los, Leute Dann sind wir, glaube ich Relativ gut vorbereitet Für meinen Geschmack haben wir noch ein bisschen zu wenig Heilsachen Aber ey, was soll ich machen Aber wir haben jetzt eine saustarke Fidget Muss man ganz ehrlich mal sagen Wir haben jetzt eine Fidget Die so viel Schaden drückt Total Damage Habt ihr gesehen? 13.000 Und das sollte auf jeden Fall jetzt genug sein Um General Gaius zu töten Und wir haben einen Dust, der gut was macht an Schaden Wir haben noch Ähm, Verteidigung Bonus Sachen, die wir essen können Wir haben jetzt noch ein bisschen was für den Angriff auch Aber das sollte auf jeden Fall klar gehen So, wo war denn das Portal? Hier doch, oder nicht? Ich weiß nie, wo die Sachen waren, Leute Oh nein Fuck Ja Bin ich automatisch reingesprungen Sehr gut Okay Ja, da können wir auch gleich nochmal zurückspringen Denn Ich würde gerne nochmal safen Okay Safen wir hier einmal Safen wir Dort einmal Und ich möchte noch einen Dritten aufmachen Sicher ist sicher Und auf geht's, Leute General Gaius Jetzt wirst du dem Erdboot leicht gemacht Toll Das wollte ich zwar gar nicht Aber ist in Ordnung Pff Richtig gut Man kann immer hin und her springen Hier Nice Okay So Hier haben wir wieder ein paar Von unseren Experten Aber guckt euch an Wie die Wie die down gehen Ja Ich mache nämlich Eigentlich nicht Nicht so Nicht so gern So viel mit Dust Momentan Weil der mir echt Zu wenig Zu wenig Highmittel Dabei hat Deswegen müssen wir gucken Dass wir möglichst viel Mit Fidget machen Und Fidget hat jetzt sogar Einen besseren Angriff Als wir es haben Ich meine Zieht euch das mal rein Fuck Und der Affe trifft mich auch noch Das gibt's doch nicht Nee alter Fuck Dich Hart jetzt Stirb So Ich kann nochmal Eine Brezel Einnehmen Ja Vorräte gehen langsam Zur Neige Sie haben Also so langsam Aber sicher Gehen sie zur Neige Muss man ja ganz ehrlich sagen Ah Das ist so Das ist einer von den Hunden Die sind Die sind easy Ich habe gerade unten Bei Steam gesehen Sie haben einen neuen Gegenstand Im Inventar Ich habe bestimmt so eine Geile Steam Karte bekommen Wenn der Part hier hochgeladen Was Wie hat er mich getroffen Der Ach sie Stirb Down So Und ich will mich eigentlich immer Boah Das ist so Traurig jetzt Ne Dass die mich Fuck Oh mein Gott Ich war wieder auf dem Desktop gerade So Komm her Sauber Treff nicht ne So Wo seid ihr Hier seid ihr Komm her Er hat mich Ne Er hat mich nicht getroffen Glaube ich Alles klar Weiter geht's Oh mein Gott Nächster Speicherpunkt Oh mein Gott Leute Ich glaube wir kommen dem Ganzen Immer näher Oh Ich bin so gespannt Wie das jetzt weiter geht Von der Geschichte her Oh Gott Alles klar Ich denke mal der Weg führt hier unten lang Oh Noch ein Händler Ja das ist nett Aber leider hab ich So gut wie kein Gold Um dir irgendwas hier zu geben Was ist denn im Verkaufsmodus Ja Guck mal wie wenig Gold Das gibt Das kannst du ja voll vergessen Aber das können wir ihm verkaufen Damit er da auch mal was von hat Naja Naja okay Die haben ganz gut was gebracht jetzt Alter Was ich hier sonst hab Bringt einfach nichts Ach Moment Wenn ich jetzt schon bei ihm was hab Dann Wenn ich jetzt schon was verkauft hab Dann Dann will ich dafür Ne stopp Ne 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 Hör mal auf So fangen wir erst gar nicht an Dann will ich dafür natürlich auch was haben So Chin is most appreciated Alles klar So Boom Wo sind wir denn hier Ja Ihr seid Ihr seid ja nun wirklich Ah Geburtstagskuchen Sauber Alles klar Oh mein Gott Alter Zack Zack Oh mein Gott Ich glaube ich krieg gleich auch noch ein Level ab Wenn das so weiter geht Und ich hab keine Oh mein Gott Wir machen mal einen Cut hier Leute Oh mein Gott Ich bin echt saugespannt wie es weiter geht Ich hoffe ihr auch Bis zum nächsten Mal Ich bin ein Table Tennis Gamer Tschüss